Bhagavad Gita, Vers 2.4 Arjuna sagte, O Madhu Sudhana, wie kann ich in der Schlacht den Angriff von Männern wie Bhishma und Rona erwidern, die doch meiner Verehrung würdig sind? Erklärung Ehrwürdige Vorgesetzte wie Bhishma, der Großvater, und Rona-Acharya, der Lehrer, sollten immer mit großem Respekt behandelt werden. Selbst wenn sie angreifen, sollte man sich ihnen nicht zur Wehr setzen. Denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz, das man Höherstehende nicht einmal zu einem Wortgefecht herausfordern darf. Obwohl sie in ihrem Verhalten manchmal sehr rau sein mögen, sollten sie dennoch nicht grob behandelt werden. Wie könnte Arjuna also ihren Angriff erwidern? Würde Krishna jemals seinen Großvater, Ugrasena, oder seinen Lehrer, Salipadimuni, angreifen? Dies waren einige der Argumente, die Arjuna, Krishna gegenüber, vorbrachte. Und zwar waren die Erlei Hone, die Erinnerung für den Angriff, aber das wird verletzend, wenn sie über die Erinnerung lassen können. Und zwar in der Urlaub sind da auf einem anderen Markt sie Chancen, Vielen Dank.